Wimpern So, jetzt kommt die Kochsalzlösung zum Entfernen, Beruhigen. Ja, wunderbar. Das erste Lähnchen ist schon drinnen. So, ich setze jetzt noch eine Linie, weil der Wimpernkranz ziemlich breit ist, setze ich jetzt noch eine Linie oben drauf, damit er schön ausgefüllt ist. So, ich zeichne jetzt die äußere Spitze erst mal vor. Dazu möchte ich wissen, ob Sie das Auge locker öffnen können. Wunderbar. Und wieder schließen. Um mit dem Gerät vorzuzeichnen, reduziere ich die Einstichzahl auf 60. Ja, so wäre das schön. So würde es mir sehr gut für Sie gefallen. Schauen Sie mal bitte in den Spiegel. Kopf mal anheben. Es wird dann natürlich noch unten von der Spitze aus aufgefüllt. Aber so streckt es einfach ein bisschen das Auge. Ja, das gefällt mir. Ja, schön. Dann machen wir es so. Dann zeichne ich erst vorne vor. Dazu möchte ich erst noch mal schauen. So, und wieder schließen. Dann viewer. Wasser. Sahne. Musik. Musik. Wunderbar, jetzt haben wir die Basis erst mal drinnen und die muss ich jetzt nur noch ausarbeiten.